hey hallo leute also ich habe gerade mit einem kollegen von mir haben wir festgestellt dass man übers wasser laufen kann also ich habe in meinem team in meiner fraktion in meiner gilde oder im clan wie es nennen wollt habe ich jesus ihr wollt es nicht glauben schaut mal her guck mal ich laufe hier im wasser und ab hier ab hier kann ich ja trinken und da vorne läuft mein kollege übers wasser das ist jesus jesus in new world ist das nicht anbetungswürdig der leute ist halt ein bug hier in new world den wir gerade entdeckt haben ich weiß nicht ob einer von euch schon mal den bug entdeckt hat aber wir haben es ich bin gerade gestorben im wasser und da kommt jesus kann jesus mich heilen oh aber schaut wie er übers wasser läuft nee alles gut es ist halt jesus ja in diesem sinne kurzes ganz kurzes video ich denke das hatte ich auch noch nicht ich hoffe ich sehe euch in einem meiner nächsten videos haut da rein ciao 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 ciao